Will ich mal ein Tuch, wenn ich traue? Wir malen gerade diese Gläser hier. Und da schreiben wir halt was drauf. Ich habe da zum Beispiel Hengelo 2010 Linda drauf geschrieben. Und ich stelle das gerade auf den Kopf, weil ich habe hier oben drauf gemalt. Da muss es jetzt auch trocknen. Und das macht halt voll viel Spaß. Ich kann das auch. Und das macht voll viel Spaß. Das war's für heute. Das ist ein bisschen größer.